Herzlich willkommen! Heute haben wir etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet. Sichern Sie sich noch heute Ihren elektronischen Türschließzylinder mit Transponderschlüssel. Ab jetzt schließen Sie bequem ohne Schlüssel auf. Einfach per Transponder. Und haben Sie ihn einmal zu Hause vergessen, geben Sie einfach Ihre persönliche PIN ein. So sind Sie auch ohne Schlüssel nie ausgesperrt. Ihren Gästen, Familienmitgliedern oder Freunden geben Sie ganz einfach bis zu 19 weitere Transponderschlüssel aus. So hat jede berechtigte Person ganz einfach Zugang. Mit dem Mastercode schließen alle berechtigten Personen auf. Sie wollen einzelnen Personen nur kurzzeitig Zugang gewähren? Dann legen Sie einfach bis zu neun individuelle Codes fest, die Sie jederzeit anpassen können. So entziehen Sie auch schnell wieder die Berechtigungen. Der Messing-Schließzylinder macht nahezu alles mit. Die Edelstahlknäufe sehen nicht nur schick aus, sondern sind auch besonders robust. Und die Elektronik schließt für Sie bis zu 10 Millionen Mal auf. Diesen und viele weitere spannende Artikel finden Sie auch bei Perl TV. Sie empfangen uns über Satellit, in vielen deutschen Kabelnetzen und im Internet unter www.perl.tv. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch viel Spaß mit Ihrem elektronischen Türschließzylinder.